Sie haben alle Hände voll zu tun? Wir haben keinen Mann zum Mischen und Rühren übrig. Dann überlassen Sie doch die Arbeit Aox S oder Pox S den Rotationsmischern von Colomix. Das Modell Pox S. Hier dreht sich nur der Eimer, das Mischwerkzeug ist statisch. Optimal für einfach zu mischende Mörtel, Putze und Estriche. Die günstige Alternative auf kleineren Baustellen. Denn Rotationsmischer von Colomix sind obendrein handlich und mobil. Mit Antriebspower für ein Mischen ohne Klumpen. Vielseitig für ein breites Materialspektrum. Der Typ Aox S. Das superschnelle Mischwerk verarbeitet spielend Kleber, Spachtelmassen, Mörtel, Putze und vieles mehr. Der Abstreifer verhindert nicht nur Materialablagerungen am Rand und Boden, sondern führt das Mischgut auch wieder zur Mitte. Dünnbettmörtel ist ein Fall fürs DLX-Werkzeug. Das Ergebnis stets klumpenfreier und geschmeidiger Kleber. Der Mischkübel wird über einen eigenen Motor angetrieben und verstärkt so die Mischwirkung der Maschine. Und mit Sicherheitsabschaltung, die das Mischwerk beim Öffnen stoppt. Übrigens, der Mischkübel besteht nicht aus gewöhnlichem Recyclinggranulat, sondern aus hochwertigem PE-Material. Das sorgt für eine hohe Festigkeit. Besonders wichtig für den Einsatz im Transportwagen. Ebenso wie die verstärkten Griffschalen und Haltenasen. Verrutschen macht da keinen Ärger mehr. Völlig problemlos das Ausleeren der Behälter. Die Masse nimmt den gewünschten Verlauf und lässt sich ausgezeichnet verarbeiten.